hier ist der zweite jetzt haben wir alle aber es fehlen noch ein paar punkte gold punkte nein wir brauchen ja 600 da ist schwarz, da sieht man nichts das ist schwarz, da sieht man nicht Okay. Okay. Ah, ich habe hier auch nichts vergessen. Wobei... Ah, ich glaube, das waren die Punkte aus dem Geheimraum. Jetzt. Ah, die jetzt fehlen. Das waren Punkte aus dem Geheimraum. Oh, f***. Ah, wir haben einen krassen Radius hier. Das ist nur von allen. Ja, aber hier draußen haben wir alles. Und wir hier... Ah, hier war ich noch nicht. Oder doch. Doch, doch, doch. Hier war ich schon. Wir sind da schon gewesen. Nein! Nein! Dass die Mine nicht explodiert, schade. Das wäre cool gewesen. Ja, ey! Gewonnen! Ja, ey! Ist trotzdem Gold, weil wir alle Kumpels haben. Zumindest... Das ist Kollegen Gold. Lichter des Todes. Lichter des Todes. Cool. Ah, jetzt muss er Kisten zerstören. Ah, jetzt muss er Kisten zerstören. Hey! Kollege Schnürschuh ist wieder da. So, 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 so. Die Klingel. naja das war jetzt sehr auffällig ich dagegen gesprungen gegen das ging so springt er doch nicht auf jetzt wenig anlauf quetsch 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 halt stark aber zurück da war doch was eine münze hier matsch auge jetzt aber das ist ein geheimer doch wie kommt zurück ich komme nicht mehr zurück oben wäre es nämlich noch mal weitergegangen egal nicht so springt ach da ist mal noch was muss ich von hier aus schon machen geheimraum so eine schluck getrunken entschuldigung ja 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 Cha-la Cha-la-la-la-la-la Nein! Warte mal was. Komm ich da unten hin? Ah. Ahaha. Uff. Bringt doch was. Uuuuh. 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 Ups. 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 es fehlt ein könig und ein normaler body fehlen ein paar punkte für gold das war ein schwieriges level ich sage das level war eins der schwierigeren ursula wir retten ursula das sind die hatte gut rette den letzten kleinling bevor die zeit um ist du hast 120 sekunden guck 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war auch anspruchsvoll. Das war's für heute. 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 Wow. Nur für ein Kumpel war ich hier. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Aha. Jetzt kommen wir nach links. Das herz ist weg. Nein. Nein. Das Wasser kommt man nicht so leicht. Und Moment. Das geht rechts noch weiter. Oder vielleicht können wir den Strom ausschalten. Nein. Da ist noch nicht eine Glühbirne. Da ist nämlich ein Kumpel drin. Das war's für heute. Das war's für heute. Und wir gehen jetzt weg. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir sind nicht ganz gut. Jγ flor. Wir sind nicht ganz gut. Nein. Wir sind nicht ganz gut. Ich bin ganz gut. Ich habe es genau gewusst. Ah, jetzt ist der Strom aus. Ich habe es genau gewusst. Ich habe es genau gewusst. Ich habe es genau gewusst. Ah, das sah schon so komisch aus die Wand. Ah, eine Königin. Ich habe es genau gewusst. Ich habe es genau gewusst. Ich habe es genau gewusst. Da oben geht es glaube ich noch weiter. Also es sieht für mich fast so aus. Da ist Hochbett. Mann, ich stehe nicht richtig hoch. Dann habe ich das Herz wieder. Ich habe es genau gewusst. Ich habe es genau gewusst. Mann. So gemein. Nein. Was? Wie kann er mich denn hier sehen? Ich stehe doch unter mir. Hä? Hä? Ja, okay. Ich stehe zu weit links. Ich muss rechts an die Kante. die Kante. Ach, okay. Ach, okay. Da ist das. Ich habe es nicht im Grunde genommen. Was ist das? Wo geht es jetzt eigentlich weiter, wenn nicht hier? Also hier habe ich ja nur den Kumpel geholt. Ich habe ja nur den Kumpel, aber ich habe ja auch den Kumpel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017